Was kannst du mir denn im Netz empfehlen? Oder besser gesagt, ihr beide? Also in YouTube, da gibt es so einen Channel, der heißt 4mobs.tv und der lohnt sich auf jeden Fall reinzusehen. Das ist ein Channel von mir und der besten Freundin. Es wird prärodiert, wir drehen verarschen über Elite-Partner und sonstigen Scheiß und Desmond, der Eisbär und Partnerbörse. Das sind die zwei Besten in meinen Augen. Wie heißt das 4mobs.tv? Warum heißt das so? Ja, weil, wie gesagt, es ist eine Parodie. Ihr seid ja nur zu zweit. Ja, aber wir sind weiblich. Okay, jetzt so langsam ist es angekommen. Ich verstehe. Ja, da habt ihr auch mehr Mobs stärker als ich. Könnt ihr euch erinnern, was ihr als letztes gegoogelt habt? Das soll ich jetzt nicht preisgeben. Weißt du noch, was du als letztes gegoogelt hast? Ich glaube, als letztes habe ich gegoogelt Hausflur. Warum? Nein, Freunde von mir meinten, da kommt ein lustiges Wild. Das ist ziemlich eklig. Hast du noch so ein Ding? Ich habe noch etwas ziemlich witziges. Das ist eine Religion. Das ist die Religion der Pastor Faris und die beten das heilige Spaghetti-Monster an. Ja, es ist witzig und ich werde dieser Religion beitreten. Wo treibst du dich denn im Netz rum? Ja, ich spiele mit meinen Freunden gerne Fußballmanager-Spiele. Wie zum Beispiel was? Comunio. Ja, das hatten wir schon mal. Aber ist das toll? Das ist nicht toll. Das sind irgendwelche drittklassigen Praktikanten, die dann Noten vergeben. Und darunter leidet mein Spiel. Ich bin jetzt gerade Dritter und ich wäre normalerweise Erster, wenn die das richtig bewerten würden. Und da bist du nicht mit zufrieden, aber du zockst das trotzdem noch? Äh, da mangelt es Alternative. Aber jetzt haben wir ja eine neue Quelle. FUMA. Und das orientiert sich nicht an Sportal, sondern an Kicker. Und Kicker ist ja eine Institution. Und hast du schon probiert? Ne, wir haben noch bis Ende der Saison müssen wir das noch zu Ende spielen und dann wechseln wir. Du kannst mir ein paar YouTube-Videos empfehlen. Auf jeden Fall. Und zwar sind das die Videos von Coldmirror. Die sind eigentlich recht witzig. Und das letzte Video, was ich jetzt von denen gesehen habe, da nehmen die ein türkisches Lied auf die Schippe, wo das Lied im Hintergrund läuft und dann einfach das, was gehört wird, eingeblendet wird. Das ist Knaller auf jeden Fall. Und die haben halt noch mehr von diesen Videos. Das ist eine brutale Sache. Und warum trägst du eine Garfield-Krawatte? Weil ich das einfach witzig finde. Achso. Hast du davon noch mehr oder was? Äh, ne, aber ich habe Garfield-Boxershorts. Auch gerade an? Äh, ich weiß gar nicht, oder? Ne. Ne. Ich glaube, das ist, äh... Ne, ne, hab ich nicht. Achso, das ist noch das Hemd. Du hast die Boxershorts bis hier oben. Ne, ne, um Gottes Willen. Bis zum Anschlag geht es jetzt nicht. Ja, ich empfehle, soll ich es dir empfehlen oder allen quasi? Allen, uns allen. Okay, ich empfehle euch allen, dringend mal auf die Seite schnapper.de zu gehen. Da werden Reisen vorgestellt, Schnäppchenreisen. Da gibt es alles. Auch Bahnreisen gibt es da. Und die suchen die besten Angebote raus, die es im Netz gibt. So kann man schön verreisen und viel sparen. Super. Hast du dir da schon mal was geholt? Oder darüber was? Ja, meine letzte Pauschalreise habe ich darüber gebucht, ja. Nach Malle? Äh, nach Malle, genau. Richtig, ja. Echt? Nach Kalaratata? Exakt, genau. Ja, natürlich. Echt? Okay. Ja, natürlich. Jedes Jahr bin ich da. Wie viel hast du dafür bezahlt? Äh, da habe ich 399 Euro bezahlt. Und hast du irgendwie mal... Weißt du, ob es ein Schnapper war oder...? Natürlich war es ein Schnapper, weil es war ja auf schnapper.de. Deswegen kann ich davon ausgehen, dass es ein Schnapper war. Und was hast du noch für eine Seite für mich? Ähm, dann hätte ich noch, kann ich euch wärmstens empfehlen, www.tv-autor.de. Das ist nämlich meine Seite. Aha. Wenn ihr mal jemanden sucht, der vielleicht einen schönen Film macht, so wie diesen hier, dann solltet ihr darauf klicken. Aber du kannst ihn ja gar nicht machen. Du kannst ihn ja nur schreiben. Oder TV-Autor? TV-Autor, ja. Ich begleite diesen Beitrag und mache diesen Beitrag und mache natürlich auch noch den Text dazu. Und ähm, ich mache einfach alles, sozusagen. Wie heißt der denn nochmal? Franzi Aroschmann. Franzi Aroschmann. Also wie ihr seht, diese zwei Mädels wollen sich gegenseitig empfehlen. Wir haben das jetzt gerade mal schnell koordiniert. Fangen wir hier mal an. Wen möchtest du heute hier empfehlen? Oder welche Webseite? Also auf jeden Fall ihre Webseite von ihrem Agenturchef. Oder was ist das? Management. Management, genau. Und zwar Alexander Patt. Ne? Aber dazu kannst du mehr sagen selber. Ja genau. Geht einfach unter Alexander Patt und dann unter Schauspielerin Jenny Winkler. Und da findet ihr auch mein Showreel. Und was hast du bisher gemacht? Ich habe ein paar Kurzfilme gedreht. Ich habe Theater gespielt und habe ganz lange Serie gedreht. Was sind Serie? Verbotene Liebe. Ach, müsste man nicht also kennen eigentlich? Wenn man das guckt, dann sollte man mich, aber es ist auch ganz gut, wenn man mich jetzt vielleicht gerade nicht erkennt, weil die Rolle sieht ein bisschen anders aus. Was wolltest du denn für eine Webseite? Ich wollte natürlich eine ganz tolle Webseite empfehlen und zwar gibt es da einen super Zahnarzt in Köln. Dr. Hans-Joachim Schumacher. Und was machst du da? Ich bin Zahnärztin. Und du quälst Leute gerne? Ja, mit Vorliebe. Auf jeden Fall. Ich mache ganz viel Angstpatienten, damit die noch mehr Angst haben. Immer schön Wurzelbehandlung und so. Ja, ohne Spritze. Ja, aber wie lange machst du das schon? Seit zwei Jahren bin ich fertig. Also dann kann man ja schon mal getrost zu dir kommen. Ja doch, ich bin eigentlich immer ganz lieb, oder? Sie macht das ganz toll, ehrlich. Gehst du auch zu ihr? Ja. Zeig mir mal, hey. Nein.